Hallo! Ich mache ja noch nicht so lange YouTube und das Ganze ist immer noch ziemlich neu für mich, dieses ganze Videos machen und sich vor die Kamera setzen und drauf losreden. Aber euer Feedback bisher war sehr gut und hat mich total motiviert, wirklich jede Woche ein Video zu machen. Und dafür möchte ich mich bedanken. Also danke für eure Unterstützung. Und da morgen Weihnachten ist, habe ich auch ein paar Überraschungen für euch vorbereitet. Und zwar werde ich in diesem Video vier Pakete verlosen. Und ja, dann zeige ich euch mal nach und nach, was so diese Pakete sind. Als erstes habe ich zwei Sets von Benefit und das erste Set ist das Little Love Potion Set. Darin sind viele kleine Miniaturgrößen enthalten. Zum Beispiel einer von meinen Favoriten, den High Beam Highlighter, was glaube ich mein allererstes Produkt ever von Benefit war. Oder auch Hula und so ein paar andere so zum Probieren. Und das nächste Set ist das It's a Love Fest Set. Das kommt in so einer coolen Box. Und darin enthalten sind einmal eine Originalgröße von dem They Are Real Mascara. Und The Porefessional, auch in Originalgröße. Und noch ein Coralista Lipgloss. Und eine kleine Größe von Sunbeam. Das nächste Set, was es zu gewinnen gibt, ist perfekt für die kalte Jahreszeit. Und zwar ist es ein Set von Lush. Das Christmas Friends Set. Das kommt auch in so einer coolen Box daher. Und darin enthalten sind drei Badekugeln und zwei Schaumbäder. Also ich zeige euch mal hier hinten die Bilder. Weil das ist alles so gut verpackt und da will ich das jetzt nicht durcheinander bringen, damit es beim Transport auch wirklich nicht kaputt geht. Also da ist die Bombardino Badekugel, Father Christmas Badekugel, der Snowman als Badekugel und Christmas Penguin Schaumbad und den Magic Wand Schaumbad. Zauberstab. Also ein cooles Set, was einen bestimmt für die ganze Winterzeit über reicht. Und ja, das ist das dritte Set, was es zu gewinnen gibt. Und dann gibt es noch ein viertes und letztes Geschenk. Und zwar verlose ich einen Wonsi von One Piece. Also genau diesen hier in der Größe S. Das ist so ein, ja, grauer mit so einem ganz coolen norwegischen Muster. Und ja, das ist auf jeden Fall echt ein Must-Have für die Winterzeit. Total kuschelig mit so einem ganz langen Reißverschluss vorne, Kapuze. Und ja, also einfach so ein Ganzkörperanzug für gemütliche Tage zu Hause. So, das waren alle Dinge, die es zu gewinnen gibt. Am Ende soll es vier Gewinner geben, also ein Paket oder ein Geschenk für eine Person. Um teilzunehmen, müsst ihr Abonnent meines Kanals sein, weil es ein Dankeschön an meine Abonnenten ist. Als zweiten Schritt schreibt ihr mir einen Kommentar. Und da würde mich interessieren, was ihr so an meinen Videos mögt und was ich quasi so beibehalten sollte. Oder was für Videos ihr in Zukunft sehen möchtet. Oder Verbesserungsvorschläge, Kritik, all sowas. Und schreibt am besten noch dazu, welches Set ihr so von den vier Sachen am liebsten gewinnen würdet, damit ich die Gewinne dann am Ende möglichst nach euren Wünschen zuordnen kann. Solltet ihr noch nicht volljährig sein, bräuchte ich da am besten die Einverständnis von euren Eltern. Und ja, ansonsten würde ich mich noch über einen Daumen hoch freuen. Und dann wünsche ich euch noch frohe Weihnachten. Vielen Dank und viel Glück. Tschüss! Das Deep Sleep Pillow Talk Set. Und das habe ich mir hauptsächlich wegen dem Deep Sleep Pillow Spray gekauft. Und das ist ein Spray, das soll für guten Schlaf sorgen. Und das ist ein Spray, das ist ein Spray, das ist ein Spray, das ist ein Spray.